Die Politik ist dabei, Deutschland gegen die Wand zu fahren und wir als Unternehmer, du als Handwerker, bist im Endeffekt der Leidtragende, der das irgendwie ausbaden muss. Und wir wollen jetzt mal darauf eingehen, wie kommt es eigentlich, ist es eigentlich dazu gekommen, was sind die Zukunftsaussichten und was kannst du dagegen tun. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen erstmal hier zum Video. Mein Name ist Alex, Marvin ist auch wieder am Start und wir wollen heute mal über das Thema sprechen, ja Politik, eigentlich jetzt kein Thema, was wir so oft behandeln, vielleicht in Zukunft ein bisschen häufiger. Auf jeden Fall geht es darum, dass durch die Fehlentscheidungen in der Vergangenheit jetzt einige Fördertöpfe leer sind und plötzlich Endkunden, die davor noch von Förderungen sehr stark profitiert haben, jetzt alles aus eigener Tasche zahlen müssen. Was im Endeffekt sich darauf auswirkt, dass natürlich der Handwerker, der ist der Leidtragende, weil mehr Leute halt eben absagen einfach, weil die sagen, nee, dann warte ich lieber noch ein bisschen, dann mache ich es lieber jetzt doch nicht, vielleicht kommt ja noch eine Förderung. Und es geht dann damit weiter, dass man auch sagen muss, es gab in der Vergangenheit immer eine gewisse Verlässlichkeit, wo man sagen kann, okay, wenn jetzt die Politik was gesagt hat, dann war es zumindest ein, zwei, drei Jahre ähnlich, wie das, was gesagt wurde. Heute ist es ja komplett auf den Kopf gestellt, also es kann von einem Tag auf den anderen gefühlt sich komplett die Situation verändern und wie geht man als Unternehmer damit eigentlich um? Darum sollte es heute mal gehen. Ja, also das fängt natürlich an mit irgendwie Fördertöpfen, die komplett unrealistisch irgendwie vergeben werden oder die auch komplett zeitlich begrenzt total unklug einfach vergeben werden. Ja, da werden dann Töpfe sozusagen im Nu leer gesogen und viele stellen sich darauf ein, dass sie mit diesen Geldern arbeiten können, aber am Ende ist dann nur was da gewesen für wenige. Und weiter geht es eben einfach mit Zusagen, die gemacht wurden, wo sich dann auch Betriebe darauf einstellen, die vielleicht ihre Ressourcen aufstocken, weil sie sagen, ja, wir erwarten diese Volumen in den zukünftigen Monaten oder Jahren. Und das wird dann wieder, ja, kassiert und ist dann doch nicht mehr möglich. Um diese Themen geht es hier. Ja, also ich finde persönlich, die Gesamtsituation politisch in Deutschland gerade ist relativ kritisch. Also ich habe mich jetzt in den Jahren nie viel mit Politik beschäftigt, aber es ist einfach faktisch so, dass wir da jetzt ein paar Witzfiguren in der Regierung stehen haben, die wirklich von außen keiner ernst nehmen kann. Ich persönlich denke, okay, das hat auch eine Auswirkung auf die Außenwahrnehmung von Deutschland als eigentlich starkes Land. Also wenn man da sieht, was da jetzt so sich äußert, auch europaweit, weltweit teilweise, das ist ja eigentlich Comedy mittlerweile mehr. Nur, dass das Traurige halt ist, dass es für uns, für Deutschland sehr schädlich einfach ist und die politischen Entscheidungen, die jetzt gerade getroffen werden, einfach gefühlt Launen entspringen. Also die haben keinen wirklichen Plan, die verfolgen nicht wirklich irgendein Ziel, was sinnvoll wäre. Auch dieses Thema mit dem Ausstieg aus dem Atomstrom ist komplett lächerlich geplant, komplett schlecht durchgeführt und viel zu zeitig erfolgt einfach. Was jetzt dafür sorgt, dass wir einfach höhere Strompreise haben, kurz gesagt, und unser Geld wieder ins Ausland schieben, unser hart verdientes Geld. Und es wird leider, also da hilft auch leider kein Jammern, da hilft kein Klagen, im Endeffekt müssen wir es selber machen. Und ich glaube, die Hauptherausforderung ist wirklich, dass die Unternehmer sich umstellen müssen. Die müssen sich mental umstellen, die müssen alles, was jetzt gerade funktioniert, weil es irgendwie statisch substituiert wird, schon mal eine Backup-Option, ein Plan B finden, wenn das jetzt morgen nicht mehr gegeben ist. Weil wir wissen nicht, so wie gerade mit den Töpfen gewirtschaftet wird, da wird gefühlt jedes Mal gewürfelt, welchen machen wir jetzt leer, welchen füllen wir jetzt auf. Und das ist halt schwierig. Man kann als Unternehmer einfach nicht mehr drei Monate in die Zukunft planen, was sowas angeht. Das heißt, auf der anderen Seite müssen wir es wieder schaffen. Wir haben jetzt einige Partner gehabt, zum Beispiel im Bereich Wärmepumpen, wo die Förderung einfach so gestrichen wurde und jetzt so aber gefühlt auch wieder in der Neue gekommen ist. Das ist ja ständig ein Kommen und Gehen, aber das verunsichert die Kundenextreme. Und wenn du dann ein Umsatzloch von zwei Monaten hast, das ist halt viel. Und in der Zeit muss man dann halt schon einen Plan B haben, was passiert denn, wenn die Förderung morgen wegfallen würde? Ich würde es mich fragen. Und wenn dann Außenwahrnehmung gar nicht gegeben ist, wenn das Unternehmen extrem unbekannt ist, wenn da einfach gar nichts gemacht wurde, dann ist es halt auf jeden Fall schwieriger, als wenn ich zum Beispiel eine Marke aufgebaut habe und den Leuten da vielleicht auch verklicke, dann gucken Sie mal, Sie sehen doch, wir sind so lange am Markt schon, wir sind ja gerade an den und den Themen dran. Lassen Sie uns das so und so machen, dann habt ihr da mehr Vertrauen bei den Kunden am Ende. Gerade Themen, die jetzt mit dem, oder Getriebe, die jetzt mit dem Thema Energiewende zu tun haben, die haben natürlich einen enormen Rückenwind auch aus den ganzen Förderungen und Subventionierungen. Müssen die auch, wenn wir die Daten auf Werk ausstellen. Genau, im Bereich Sanierung auch. Aber auch, wenn du in diesen Bereichen unterwegs bist, dann hast du natürlich einen gewissen Rückenwind, aber du solltest dir halt auch überlegen, okay, was ist, wenn ich den auf einmal nicht mehr habe? Was mache ich dann? Und da solltest du halt auch aus der Fülle sozusagen agieren können, dass du halt auch selber noch in der Lage bist, irgendwie Aufträge zu generieren, selbst wenn die nicht durch diese Förderung in irgendeiner Form getragen werden, sondern dass du halt auch noch Anfragen hast, die vielleicht durch die Förderung begünstigt werden, aber dass du jetzt nicht hundertprozentig davon abhängig bist, dass diese Förderungsgelder auch gezahlt werden oder die in Zukunft oder in einem oder zwei Jahren auch noch so da sind. Weil wenn du jetzt deinen ganzen Betrieb darauf aufbaust, dass diese Förderungen so bestehen bleiben und es ändert sich in der Regierung irgendwas oder es ändern sich irgendwelche Fördertöpfe oder irgendwelche Energiegesetze, dann hast du auf einmal eine ganz andere Grundsituation wieder. Das heißt, du musst selber dafür sorgen, dass du ja deinen Betrieb komplett selber steuern kannst, dass du in der Lage bist, selber Aufträge zu bekommen, auch die Art der Aufträge zu bestimmen, dass du das selber steuern kannst quasi. In welchem Bereich möchte ich jetzt mehr machen, wo möchte ich mehr verkaufen, dass du halt gut verkaufen kannst auch, selbst wenn es nicht irgendwelche Förderung gibt, dass du trotzdem Leute überzeugen kannst, deine Produkte oder deine Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen und dass du halt auch in der Lage bist, Mitarbeiter zu gewinnen in den Bereichen. Ja, also ich glaube, man kann so drei Dinge vielleicht jetzt mal definieren, die du für dich mitnehmen kannst, die du umsetzen solltest, um egal was in Zukunft passiert, nicht riesen Probleme zu bekommen. Also das erste ist mal ganz klar, du solltest, wenn du gerade extrem abhängig von diversen Förderungen, von diversen Staatsmaßnahmen bist, das ist ganz typisch Wärmepumpen-BV-Bereich, dann such dir noch ein zweites Geschäft. Was du so weit, das muss jetzt nicht den gleichen Umsatz bringen wie das erste, erst mal, es muss aber möglich sein, zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Badsanierung. Du machst Wärmepumpen und als Zusatzbereich kannst du Badsanierung anbieten, weil deine Leute eh SHKler sind, so, das ist dann machbar. Dann sollte es zumindest so sein, dass du schon alle Lieferantenverträge geklärt hast, dass du schon mal 1, 2 Bäder gemacht hast, dass deine Jungs wissen, wie das funktioniert, dass du in deinen am besten digitalen Programmen, mit denen du arbeitest, das alles angelegt hast. Dass, wenn jetzt morgen die Förderung wegfällt, du theoretisch morgen mit vielleicht einer Woche oder zwei Verzögerungen, aber fast fließend, auf Bäder wechseln kannst. Ja, das betrifft viele Bereiche. Da kann man genauso gucken, wenn ich Fenster verbaue, dann sollte ich mir vielleicht Terrassensicherheit dazunehmen. Wenn mir die Fensterförderung wegfällt, dann sollte ich in den Bereich gehen, wo es halt keine Förderung gibt. Übrigens, das ist auch immer ganz wichtig, der zweite Bereich sollte einer sein, der eh nicht gefördert wird. Gut, Badsanierung wird in anderen Bereichen natürlich gefördert, das ist so Seniorengerechter und so gibt es da Möglichkeiten, aber die meisten Bäder laufen ohne das. Zweites Thema, du solltest dich mehr mit Verkaufen beschäftigen, weil es wird sein, dass du Kunden das rechtfertigen musst, begründen musst, erklären musst. Es wird sein, dass viele potenzielle Kunden Unsicherheiten haben, die sie dir nicht sagen, die du erstmal rausfinden musst. Und da gehört Verkaufen einfach dazu. In Zukunft wird es halt auch so sein, dass die Leute, die besser verkaufen können, einfach auch in einer Situation, wo der Staat extrem planlos arbeitet, extrem unvorhersehbar arbeitet, dass sie den Leuten dann vertrauen, die dieses Vertrauen auch wirklich wiedergeben können im Verkaufsgespräch. Und das dritte, was du machen solltest, du solltest dich mit dem Thema Marketing beschäftigen. Warum Marketing? Ganz einfach, weil das dafür sorgt, dass deine Produkte, ich meine, du bist seit 20 Jahren als Heizungsbauer bekannt, jetzt fallen die ganzen Förderungen weg. Ja, wer weiß jetzt, dass du Bäder machst? Keiner. Das heißt, du solltest es schnell schaffen, eine Marketingmaschine hochzudrehen, die kommuniziert, hey, ich mache Bäder und da reicht nicht ein Plakat an der Hauptstraße, das reicht nicht aus. Solltest du vorbereiten. Das ist am besten davor schon, dass einzelne Aufträge bei Bädern bei dir sind, dass der Workflow auch gut funktioniert, dass die Hersteller sehen, da kommt auch was. Und wenn in zwei Jahren dann erst das Thema die Hölle über uns reinbricht und du auf Bäder wechseln musst komplett, dann kannst du das auch machen dann problemlos. Also beschäftige dich mit Marketing, Vertrieb und sorge für einen Plan B direkt. Ja, wenn du jetzt wissen willst, wie sowas mit Marketing geht, wir haben da ein Video, das verlinken wir dir direkt mal. Da geht es darum, wie kannst du Social Media als Handwerker eigentlich machen, wie funktioniert sowas. Und ansonsten, ich freue mich an die anderen Videos auch, weil da erklären wir konkret, wie man diese Schritte auch alle umsetzt. Ansonsten danke dir für die Aufmerksamkeit. Lass ein Abo da, lass ein Abo nach oben da, damit du nichts verpasst und damit du uns auch dabei hilfst, das Handwerk im Endeffekt wieder lohnend zu machen, dafür zu sorgen, dass sich Handwerk wieder für alle lohnt, trotz der politischen Situation. Von daher wünsche ich dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Video. Ciao.